So, nach einer kleinen Pause von gut zwölf Stunden, machen wir doch einfach mal weiter hier und wollen den letzten, müsste, müsste der letzte Kristall sein, den ich erwecken muss. Und das hatten wir schon. Yay, und den Kampf werde ich wieder rausschneiden. Also, bis gleich. Dankeschön. Wow, dieser Kerl geht mir jedes Mal auf den Zeiger. Ja. Levede, äh, Tiss und Ida. Wunderschön. Hör auf und wohnen die Kristall, bevor wir mehr Wäste sind. Natürlich. Ich bin bereit. Ich bin sicher, dass du es wirst. Ja. Zeit, um zu... Ja. So, und dann wollen wir den letzten Kristall erwecken. Und ich habe mich übrigens dazu entschlossen, auch irgendwann mal das, äh, es gibt also, ich glaube, zwei Endings gibt es für das Spiel. Und ich werde das andere Ending irgendwann noch nachreichen. Aber ich möchte jetzt erst mal das einher machen. Ja, ist okay. Ja. Da komm. Ja. Da komm. Jo, danke. So. Ich glaube, das hatten wir auch schon. Ich glaube, das vierte Mal. Wir haben jetzt alle vier Kristalle dieser Welt erweckt. Das wäre dann 16, seit wir begonnen haben. Und schon wieder müssen wir die Heilige Säule im südlichen Meer erschienen sein. Die vierte Heilige Säule? Ja, und ich hoffe wirklich, dass es die letzte sein wird. Stimmt's, Arie? Ja, natürlich. Dieses Mal ist es bestimmt vorbei. Ich hoffe, du hast recht. Und dann müssen wir uns nur um ein gewisses Problem kümmern, sobald wir zurück sind. Sobald wir zurück sind auf Großschiff? Muss das Gutsstück etwa schon wieder repariert werden? Das auch, aber Dats und Satz kümmern sich um die Reparatur. Bisher konnte ich mich über ihre Arbeit wirklich nicht beschweren. Welches Problem meinst du dann? Die Gastwirtin. Du weißt doch, dass wir sie unter Deck bekommen mussten, wenn wir in die Heilige Säule würden. Ah, das ist wirklich ein Problem. Ein ziemlich großes sogar. Ich erinnere mich noch gut an den Aufstand, den sie beim letzten Mal gemacht hat. Am Ende musste Dats sie sich unter den Arm klemmen und nach unten tragen. Und letztens habe ich sich Dats und Satz über etwas unterhalten. Ich weiß nicht genau worüber, aber ich wette, es ging um die Gastwirtin. Ich frage mich, was die zwei ausgeheckt haben. Ich kann es kaum erwarten. Aha. Na, ich schätze, dann ist sie wohl in den besten Händen. Jo. Also können wir uns endlich um die Heilige Säule kümmern. Worauf warten wir dann auch? Ist eine gute Fahrt. Ja, wir lassen uns aufbrechen. Danke. Und jetzt raus hier. Äh, dupe, dupe, teleport, wump, jaze. So. Und nun, und nun und nun wollen wir uns um die... Was sagt sie jetzt eigentlich? Ich bin sicher, dass es diesmal klappt. Bringt mich zur Heiligen Säule. Mhm. Ja, Ari. Ist okay. Ich gebe nochmal zu bedenken, dass im Titelbildschirm steht, dass Ari lügt. So. Einmal hier rein. Und einmal heilen. Und deswegen gibt es ja auch wahrscheinlich zwei Endings. Oder mehrere Endings. Ich glaube, es sind nur zwei. Ich weiß es aber nicht genau, da werde ich mich noch genauer informieren. Wenn ich das Spiel durch habe. Und das sollten wir jetzt zur Heiligen Säule, weil ich glaube, wir nähern uns so langsam, aber sicher doch dem, doch endlich dem Finale. Nachdem ich gestern vier Stunden aufgenommen habe. Und jetzt nochmal, ja jetzt bin ich ja noch nicht ganz so lange dran. Halt dieser dämliche Kampf. Ich hab da immer schon Kampf. Ei, 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 ei. So. Am besten fliegen wir hier einfach da. So. Jetzt musst du hinkommen. Ich bin auf jeden Fall schneller unten. Eigentlich wäre es, glaube ich, noch schneller gewesen, wenn ich links rumgeflogen wäre. Aber egal. Da ist die heilige Säule. Und ich würde mal sagen, hier mache ich Schluss. Den ganzen Kram muss ich ja zusammenschneiden. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es ja ist. Let's play Bravely Default. Bis zum nächsten Mal. Tschau Leute. Hallo meine Freunde, ich bin auch wieder hier mit Let's play Bravely Default. Wir haben wieder einmal alle vier Kristalle erweckt und hoffen, ich hoffe jetzt, dass es endlich das letzte Mal sein wird, dass wir in diese Säule rein müssen. Also, los geht's. Okay, everyone, don't forget to watch over me. This is going to work this time. You'll see. Yes, of course. Oh, wondrous and beautiful First Blight, my brooch awaits your Divine Radiance! Let's keep watch. What? We should watch over Eri. Right. Weltsichos ausklang. Okay, Kapitel 8. Von mir aus. Ja, ist... Nicht schon wieder. Guten Morgen. Zeit, zu wachen. Komm jetzt, das ist es. Die Inn. Again. Und die Great Chasm? Die Taint hat noch nicht aus dem Meer, wenn die Sicht von hier ist. So, wir sind zu... Um... Let's see. Five worlds now, correct? Just what is happening to us, Eri? Sorry. But I can't really explain it either. Well, no point in trying to think through the unthinkable. We'll just have to go awaken the crystals here in this world too. Yes, 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 of course. Ahoy! Really? Träumen wir etwa? Ich freue mich gerade, ob das jetzt alles nur ein Traum ist. Der große Argo klafft immer noch in der Erde und das Zimmer ist wieder so wie früher. Was für eine Erklärung außer einem Traum könnte es dafür geben? Aber eigentlich weiß man ja nicht, dass man mitten in einem Traum steckt, während man träumt, oder? Zumindest merke ich erst, dass ich geträumt habe, wenn ich aufwache. Meinst du einen traumähnlichen Zustand, eine Art Trance, oder reden wir hier von einem echten Traum? Idee, wäre es so vielleicht so nett, mich auf die Wange zu küssen. Warum? Glaube bloß nicht, dass du hier alles herausnehmen kannst, nur weil das hier ein Traum ist. Nein, verstehe das nicht falsch. Ich möchte nur herausfinden, ob das hier ein Traum ist oder nicht. Also, ich schließe jetzt meine Augen und du verpasst mir einen dicken Schmatzer. Au! Kneifen, so wird getestet, ob man träumt oder nicht. Okay, okay, das ist also kein Traum. Okay. Lange leben die gefräßige Königin. What? Meeresfrüchte aus Kaldista sind wirklich himmlisch. Ein Happen frischer als andere. Was? Ein Happen frischer als der andere. So unglaublich saftig und voller Geschmack. Beim Gedanken daran läuft mir schon das Wasser im Munde zusammen. Es muss toll sein, in einer Hafenstadt zu leben. Dein Appetit ist wirklich sehr beeindruckend, die Idee. Äh, ist schon fast beängstigend. Gegillte Kaldista-Makrenien. Äh, sortierte Freibotter im Marill. In eigener Schale gedünstete Tricoloren-Krebs. Okay. Schild, was? Schildflunder-Ragout. Sashimi aus Süßlachs gebratene Königstunfisch. Und nicht nur das. Sie meinte auch, dass mein Eintopf aus Goldkabel ja auch köstlich aussieht und hat ihn zur Hälfte verputzt. Sie hat sogar den Rest von meinem frittierten Breitsäbelfisch vertilgt, die ich nicht mehr essen konnte. Wie kann jemand so viel essen ohne zu platzen? Wie geht es eigentlich deinem Magen? Nur ein leichtes Völlegefühl. Ha! Ich mache mir eher Sorgen darum, wie sehr mein Bauch sich wohlfühlt. Er mich vor, äh, sich vorwölbt. Du wächst ja noch, Kleiner. Solange du nicht schön, äh, schön aktiv bleibst, setzt das auch nicht an. Ah! Was? Ich habe den gegrillten Tintenfisch vergessen. Ich wette, der ist wirklich himmlisch. Lust auf, wir müssen uns behalten. Äh, ich glaube, das ist ihr Ernst. Hehe. Okay. Manche Partygespräche sind echt strange. Aber muss ich jetzt wirklich? Nochmal alles? Wow! Ich glaube, da schneide ich sogar die Wege raus und schneide er zuerst wieder rein. Wenn etwas Interessantes passiert. Wow! Das geht mir gerade ein bisschen auf den Zeiger. Ganz ehrlich. Was zur Hölle? Wie kam jetzt eigentlich hier? Ihr Muster hat sich nämlich verändert. Das habe ich eben gesehen. Ja, das Muster ist anders als vorher. Definitiv. Quatsch. Okay. Ähm. Ich fange einfach mal mit dem Schwersten an. Weil der da oben ist der Schwerste. Weil der einfach den Todzauber beherrscht. Das ist der einzige Grund, warum der Cash schwer ist. Und wenn er den mehrmals hintereinander spammt, kommt man nicht mehr zum Heilen. Geil. So. Also fangen wir hier an. Ich schneide rein, falls irgendwas Interessantes passiert. Oh. Dieser Gegner ist so krass. Ich kriege viel zu viele Erfahrungspunkte, nachdem ich da bleibst. Dankeschön. Yay. Uns leben alle. Und ich kriege abartig viele Erfahrungspunkte. Das war's. Yay. Geil. Erfahrungspunkte ohne Ende. Yay. Ein Partygespräch. Na endlich mal wieder was Interessantes. Schwankende Überzeugung. Hoppala. Was ist jetzt das 19. Mal? Hm. 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 Anjas, wie oft müssen wir? Äh. Vergiss nicht, Dieter. Wir haben uns entschieden, Anjas bis zum Schluss zu folgen. Oh, stimmt ja. Hm. Okay. Okay, also rauslaufen. Roms. Mach Platz, Hundi. Yay. Und Erfahrungspunkte. Roms, Roms, Roms. Yay. Fast Level 90. Wow. Alter. Warten wir schon. Warten wir schon. Hey, 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 hey. Ich bin bereit, Ari. Ich bin sicher, dass du es hast. Zeit, um zu beginnen. Ja. So. Yay. Button-Mishing. Again. Langsam wird das nicht mehr, ist das nicht mehr so episch wie vor am Anfang. Ja, ist okay. Ja, ist okay. Was mir gerade mal so einfällt, beim letzten Mal ist gar kein Alter und ist aufgetaucht worden, uns aufzuhalten. Oh. Oh. Strang. Du hast es geschafft. Du wachst die Kristalle. Nein, aber jetzt muss es mal gut sein. Kommt ihr jetzt? Okay. Aha. Was ist los? Die Kette meines Amuletts. So, das rechts sieht aus, als würde sie jeden Moment abfallen. Lass mich mal sehen. Ach, das können wir reparieren, sobald wir wieder auf Großschiff sind. Danke. Du bist ja, äh, du bist ja zu sehr, zu mehr zu gebrochen, als du aussiehst, Dringwell. Mein Gott, was war das jetzt für ein Verleser. Musstest du wirklich, als du aussiehst, hinter dir ranhängen? Was macht ihr denn alle da hinten? Ich ziehe gleich ohne euch los. Keine Sorge, ich würde ewig auf dich warten. Sogar tausende von Jahren. Huh, was plapperst du da schon wieder, Dringwell? Ja, was meinst du damit? Hä? Was meinst du denn, was ich meine? Ach, fang einfach an, dich zu bewegen. Okay. Ist in Ordnung. Yay. So. Und nun... Kannst du auch nicht endlich, endlich... Zum Ende mal gehen, meine Herren. Also würde ich Arie auf den Kopf hauen. Ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass sie der letzte Boss ist. Was strange wäre, aber okay. Yay. Und diesmal ohne irgendwie... Von wegen, hey, wir müssen nochmal zum Weisenweilbaum. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Man sollte nicht Samstags morgens um kurz nach 10 aufnehmen. Obwohl ich um 9 angefangen habe. Jetzt schon eine Stunde da haben wir nur wieder die ganzen Typen umzuknüppeln. Wow. So. Einmal heilen. Langsam, aber sicher sieht das auch richtig nice aus mit den HP. Da, 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 da. Habe ich eigentlich den... ...Kerkermesser oder das hatte ich ja schon letztes Mal rausgeschmissen, ne? Ja. Ja, ja, ja. Das passt so. Dies passt. Dies passt, dies passt. So, by the way, ich wollte ja eigentlich nochmal was ausprobieren. Ich wollte ja nochmal bei Tiss. Ähm. Das ist die andere Nebenfähigkeit, nämlich die Heiligenkünste. Statt die dunklen Künste mal ausrüsten. What the fuck, Ari? Hihi, gut gemacht. Machen wir uns jetzt auf den Weg zu halten. Das sieht... Ähm. Diesen Blick finde ich nicht gut von ihr. Ganz ehrlich. What the fuck? Okay, auf zur Heiligen Säule. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das Ganze schneiden werde. Also weiß ich nicht, wie lange die Folge ist. Also gehen wir da jetzt einfach rein. Hihi, 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 hihi. Wie viele Mal haben wir das Licht gesehen? Wo sind die Tats und Zats? Ich habe sie durchführen in der Held. Okay, alle. Don't forget to watch over mich. This is going to work this time. You'll see. Yes, of course. Oh, wondrous and beautiful first flight. My broach awaits your divine radiance. Let's keep watch. What? We should watch over Ari. Right. Ende. Bravely default. What? Scheint jetzt doch... Es ist jetzt aber nicht so einfach das Ende, sondern... Ah. He 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 he. I did it. I did it. I finally did it! Uh. Uh. Wo sind wir? Du hast was, Aerie? Ich habe es geschafft! Ich habe es gesagt! Geh auf, alle! Der Great Chasm? Es ist weg? Die ganze Sache? Ringabell, aufhören! Wir können es nicht von hier sehen! No good! The rudder took quite a beating! It'll take some time to repair! To the deck! Let's go! Yes! Oh! Rough sailing again, eh? Hm? What's with the excited looks? The Great Chasm has closed! Yes! But you're not going to see it from there! Er... Sorry! Haha! It seems we've finally managed to close it! Really? The entire chasm? Closed?! Seems that way! Oh, and that's... I'll need a hand repairing the bridge later! Sure! Anything you need! Okay! Am es dir zu verdanken! Na, endlich! Stimmt's an jetzt? Ja, endlich! Falsche Richtung da vorne ist der Händler! Haha! Ich bin so glücklich! Ich kann... gar nicht klar denken! Tiss und Idea sind scheinbar genauso aufgeregt wie hier! Äh, wie ich! Das ist dein, äh... Dein Verdienst Rigger Boy! Du hast Tiss beim, äh... Canyon Pass gerettet! Und zu unserem Glück hatte der dunkle Ritter Alternis Dim Kajisla infiltriert! Hast du davon gewusst? Aber dir ist schon klar, dass ich das nicht war, oder? Und der, den ich gerettet habe, war der Tiss aus der Welt, bevor wir uns getroffen haben! Der Tiss, der jetzt hier bei uns ist, wurde von dem alten Sim gerettet, den wir in der ersten Welt besiegt haben! Und der, mit dem du bei deiner Ankunft in Kaldista gesprochen hast, war... Und trotzdem stehen wir tief in deiner Schuld! Denn du hast uns alle zusammengebracht! Und nachdem wir Kaldista verlassen und all diese Welten bereist haben, war dein Tagebuch unser Kompass! All das haben wir dir zu verdanken, Ringable! Wirklich? Nun, Alternis würde es wohl auch freuen, das zu hören! Los, Agnes und Ringable, beeilt euch! Komme! Auf geht's Agnes! Ja, lass uns aufbrechen! Okay! Ich will aber was checken mal kurz! Ist jetzt irgendwas Neues hier zu kaufen? Ich glaube nicht, weil... Nö! Hätte mich auch gewundert! Weil ich habe alles gekauft! Yay! Oder andere Waffen! Hübsche Ausrüstung? Nö! Nicht mal irgendwas Interessantes! Nö, nö! Nix Interessantes! Äh, ich wollte aber grad eigentlich noch was nachsehen! Egal! Was... hat er da gesagt? Es ist verbracht! Es ist endlich verbracht! Hihihi! Ich grusel mich langsam vor der Kleinen! What the fuck! Wie kann eine Fee so gruselig sein? Und wie sehen ihre Flügel jetzt aus? Mit einer Null drin? Hm... Nice!